ich habe viele neue nachrichten für euch also wer erst mal sieht diese video über diese mini küche eigentlich dmc und hier ist die nummer solche geräte kannst du einkaufen über ebay oder amazon dieses gerät sieht so aus von den fotos und habe ich vorher einen einen test video gemacht da habe ich das weg getan vom youtube das siehst du einen kleinen moment hier von diesem test video warum warum habe ich das weg getan weil solche gerät darfst du nicht einkaufen erzähle ich dir warum nicht also die erste video das war so habe ich aufgepackt und habe ich nicht eingeschaltet gar nichts nur habe ich aufgepackt dass das siehst du hier eigentlich ok nachher habe ich eingeschaltet und dann habe ich sofort ein problem gesehen und das war so ein problem das darf nicht sein kleinkochplatte wenn ich das einschalte dann nach fünf sekunden die thermostat geht aus dann zehn sekunden bleibt aus dann geht wieder ein schaltet wieder ein dann wieder aus wieder ein und so weiter und wird überhaupt nicht heiß sein also mit dem mit dem mit der große kopplatte haben wir habe ich kein problem gehabt ok dann dann habe ich gedacht habe ich normale kochplatte dabei benutze ich das nicht nur der backofen backofen funktioniert perfekt also damit haben wir kein problem gehabt und dann jetzt bin ich zuhause also habe ich schon habe ich schon erzählt ich arbeite in italien jetzt bin ich zuhause in ungarn solcher gerät kann man ganz leicht reparieren lassen bei einem firma sie können es für 10 15 maxim 20 euro reparieren garantie habe ich dafür keine gehabt neu habe ich eingekauft von ebay und sie haben sofort gesagt sie würden gerne geld zurückgeben sondern einfach zurückschicken oder zurückliefern oder so etwas so dass das habe ich auch so etwas interessant gefunden das war nicht so ein gerade weg ok und dann dann haben wir das alles da montiert alles haben wir angeschaut mit der mit einem mechaniker und diese mechaniker hat gesagt wahrscheinlich diese schalter was hat diese gerät überall so sehen sie jetzt hier habe ich so eine hier das gleiche hier auch wahrscheinlich das gleiche und das ist für die für die große kopplatte das ist für die kleine kopplatte haben wir das weg getan jetzt ist habe ich wieder montiert ok ist egal es hat so eine nummer das heißt ksd 220 nachher d250 oder so etwas also ja das ist so eine artikelnummer eigentlich das habe ich unter dem video habe ich zugeschrieben was ist dieser schalter und der schalter hat er gesagt das muss ich einfach tauschen und dann läuft wieder alles gut ok dann schauen wir mal habe ich über im internet gesucht aliexpress alibaba ebay amazon usw solche seite habe ich gar nichts gefunden ok alibaba kannst du 10.000 stück einkaufen für niedriger preis ok aber brauche ich nicht nur ein stück und was habe ich gefunden ich komme aus ungarn und das ist da so eine ungarische seite das heißt markt amt oder wörtlich oder oder so etwas also ich weiß nicht die richtige wort das heißt solche schalter hat einen feuergefähr aber wirklich also solche schalter war drinnen in diesem gerät zum beispiel das ist so ein heizunggerät ein heizungsventil oder so etwas für für kleine zimmer das hat so ein feuergefähr eigentlich dieser schalter hat diese feuergefähr doch habe ich eine eine alte ebay artikel gefunden hier steht auch elektrik feier artikelnummer und so weiter also habe ich eine eine scheisse eingekauft was war nicht die die billigste sieht besser aus wie eine klar stein zum beispiel und 48 liter backraum hatte ganz gut aber musst du für für solche preis musst du einfach die d z s austria einkaufen das fast das gleiche alles fast das gleiche also schalter wie sieht das aus 45 backraum und so weiter aber solche geräte das darf sie nicht einkaufen verkaufen darf man auch nicht vielleicht läuft das gut aber einmal passiert das jetzt was kann ich kann ich damit machen ja muss ich einfach behalten oder wegschmeißen behalten kann ich und dann kann ich ein platte benutzen oder einfach wegschmeißen einfach gefährlich also ich habe damit pizze gemacht muffin ein paar kuchen ganz gut funktioniert ganz gut aber einmal passiert etwas und dann und dann alles geht alles geht kaputt das das will ich nicht also viel spaß mit solcher gerät besser ein teurer klar stein einkaufen oder diese tz s österreich austria einkaufen wie habe ich schon mal gesagt diese video war hilfreich für dich viel spaß wieder und schönen tag nachher auch hier und dann